ich bin weders schüler und herzlich willkommen zu dich ich bin nicht ein ich erbieten ja namenlos weder schüler wir machen hier weiter haben wir fast hat geld wieder rausgeholt hier für den starke lehrer komm du könntest doch ach dann nehmen wir den jaja ich möchte das geld aber wie zu aktivieren junge du bist tot ich komme jetzt mit dem character jetzt gibt mir doch mal ein jedi hier an dreistigkeit nicht zu stoppen und das hier bitte auch einmal und die dinger sind echt geil da jetzt so viel die auf drin aber ja ja gut sagt muss ich nach oben ziehen erst mal bitte ein ja mit einem aufmachen kann ich da mit einem kleinen charakter drunter kriechen jetzt macht ihr heilig hier mit der feitsche kaniel kaputt machen jetzt geht mir den ja niemals den er gibt es doch noch irgendwo ah dahinter ist hier irgendwo was ok dann gehen wir erstmal zu dem rüber ach so ok machen wir erstmal das hier jetzt sind wir schon einmal hier hier soll ein minikit sein ach nee wir haben wir haben wir haben Ah, machen wir erstmal Ja, endlich mal wieder einen vernünftigen Charakter Und Schack Und ja Ich kann mich an der Wand festhalten, ich bin jetzt Ja, die Tore darf hier renzen Ich fie renze dich, die Schad Wie sollen hier sein? Ist nix, Jung Ja, mach mal Irgendwas sieht auch hier dieser Hasi versteckt Oh, ist das denn hier wieder für'n Scheiß Ja Wie ist da drin, Junge? Ja, ich tanze, ich bin ein Drill-Eder-Tan Ich hake hier den leckeren Salat, Junge Knorr fix und frisch cremig gibt's jetzt hier So einfach nur Jochus hinzufügeln Ja, ein Frischern Jochus Geh da raus Hab ich nicht gesagt, du sollst da rausgehen Wo bist du? So Als ob ich da nicht sehen kann Tja Rhein-Rhein-Chin Saboli dumm Ich dort denn dich Ich dort denn nicht Oh, geh endlich sterben, Junge So Wie ist das mal wieder hart Jetzt mach tot hier Ich möchte tot hin Ey, Gott Komm, ein Busch gehst du noch rein Mach jetzt hier kaputt So Gehen wir's mal hier rein Scheiße Aber für euch einfach nur so einen kleinen Charakter Aha, ich verschwinde, ich bin Tee Ich trinke gerne Tee und heiße auch Tee Ich bin Tee-Watt-Kaha Oh, nicht Edeka Das muss ich schon für ein Penelstien Ah, das hasse ich Obwohl das ist gut gemacht Für Leute, die diesen Scheiß Beherrschen Ah, jetzt hab ich's gut Muss ich hier wieder raus Äh, super Mit einmal kurz den Camille Tee Oh, 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 oh Aua Und tot Ey, wo ist der Spacko hin, Jungs Wo ist da? Ey, wo ist der Spacko hin? Einmal Bieter Live End So, noch ein Leben haste Ne, noch A Ja gut, jetzt haste Sorg, tot Und weg damit Und weg damit Ah, jetzt ein Minikit Okay, 10 von 10 Wir haben's geschafft Also müssen wir uns den Rest des Levels nicht mehr antun Wow, und wir schauen Haben wir wieder unseren What war das denn jetzt Ein TIE Fighter Pilot Oder sowas Oder eine Schattentruppe Oder Was auch immer Jo Eine Schattentruppe Geil Und das war's auch wieder Für diese Folge Ja, kommt schon Ja Ja, das war's für diese Folge Mir hat Spaß gemacht Bis zum nächsten Mal